Was ist das grosse Problem, das wir in der Schweiz haben? Ja, das grosse Problem, das wir in allem haben in der Schweiz. Jedes Mal, wenn man über etwas diskutiert, das man vielleicht noch etwas besser machen möchte, dann spricht man natürlich gerade über die Finanzen. Ich glaube, wir müssen in dem Rahmen, den wir haben, einfach das Bestmögliche herausholen. Nein, die Möglichkeit ist die, dass wir wirklich die Ressourcen bündeln. Und da ist es mir sehr wichtig, dass man vernetzt. Vernetzt zwischen privaten Institutionen, zwischen Stiftungen, aber auch innerhalb des Bildungswesens über die Bildungsstufe weg sehr gut vernetzt. Schaut, wo hat man die Ressourcen, die Ressourcen zusammenlegt und dann aus dem möglichst viel heraus holt. Ich glaube, die Projekte, die Educa Suisse unterstützt, gerade im Bereich Stipendiewesen, sind sehr wichtige Ergänzungen zum Stipendiewesen der öffentlichen Hand. Es gibt halt einfach hier und dort Studierende oder Antragsteller, die zwischen Tisch und Bank fallen. Und dass diese dann aufgehoben werden von Educa, finde ich sehr begrüssenswert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020